Ausbildungsmesse in Ense digital. Wir starten durch. Hallo, mein Name ist Katharina Schrebe und ich bin Ausbildungsverantwortliche bei der Volksbank Helbig. Die Volksbank Helbig ist eine Kapitalsammelstelle in der Region für die Region. Das heißt, wir verwalten das Geld unserer Kunden. Die einen Kunden möchten ihr Geld anlegen als Sparkapital und andere benötigen das Geld in Form von Krediten. Wir bilden in unterschiedlichen Berufen aus. Wir bilden zum einen die klassische Bankkauffrau oder den klassischen Bankkauffmann aus, den Kaufmann oder Kauffrau im E-Commerce, den Kaufmann oder Kauffrau im Digitalisierungsmanagement und zu guter Letzt das duale Studio mit dem Abschluss Bachelor of Arts in Banking & Finance. Hi, ich bin Kassandra Hölscher und ich erzähle euch heute etwas zu den Kaufleuten im Digitalisierungsmanagement. In deiner Ausbildung durchläufst du unterschiedliche Abteilungen und lernst dementsprechend auch viele unterschiedliche Mitarbeiter kennen. Ganz wichtig ist für dich natürlich die Organisationsabteilung, die EBL-Abteilung, das steht für elektronische Bankdienstleistungen und natürlich auch die IT-Abteilung. Was du dafür mitbringen solltest, ist auf jeden Fall das Interesse an der Wirtschaft und halt auch technischen Sachen, sprich sowas wie der Administration. Genau, und du solltest halt auch sehr gerne im Team arbeiten. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann guck doch mal auf unserer Internetseite vorbei. Die Ausbildungsmesse in Ense Digital ist ein Kooperationsprojekt der Konrad-von-Ense-Schule, des Initiativkreises Ense und der Gemeinde Ense. Die Ausbildung ist ein Kooperationsprojekt der Konrad-von-Ense-Schule,